HipHop.de News HipHop.de Blumentopf haben ihr neues Album für 2012 angekündigt. Über Facebook gab der Trupp bekannt, dass die noch namenlose Platte am 14.09. erscheint. Zusätzlich gaben sie Infos zur im November startenden Tour. Die Spielorte gibt's über den Link in der Videobeschreibung. Passend zur EM startete Blumentopf auch wieder ihre Reportage. Alle zurzeit erschienenen Folgen gibt es ebenfalls auf HipHop.de. thinnerõlge